Musik 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 Ich bin Robert Franz vom Land VW Hohenems, wir sind heute zum Brand gerufen worden zum Großbrand in der Burgstraße, das ist ehemann das Firmenareal, wir sind wieder, wie gestern, schon gerade vom Einsatz zurückgefahren, sind wir zum nächsten gerufen worden. Im Einsatz sind die VW Hohenems, die ganze Mannschaft plus die VW Alltag, die VW mit dem W-Leiter und einem Löschzug und die VW Hohenbeeren mit dem W-Leiter und einem Löschzug. Der Brand und der Brand wird jetzt eine halbe Stunde nach Ausbruch soweit auf der Kontrolle. Personen sind von dem Gebäude drin gewesen, die Brandursache ist jetzt auch noch unbekannt und wir werden morgen wieder mehr wissen.